Lächerlich. Lächerlich. Das ist im Prinzip alles nur Schmutz. Auf gut Deutsch gesagt, ja. Ich probier jetzt noch einmal und dann... Flutschi Flutschfänger. Wie bekommt man die? Ja, pro Level kriegst du einen Fähigkeitspunkt. Und ab Level 20 gibt es dann pro Level 2 Fähigkeitspunkte. Aber wenn du siehst... Ähm... Es gibt ja bei Posen Fischen. Da brauchst du schonmal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, eins, zwei... Nur mal, da fehlen wir noch zwei... Trrrr... Äh... Jetzt hab ich verkackt. Du hast auf Spinnrute, auf Pose, auf Grundrute, auf Köderbeschaffung, auf Futtermischung, Zubereitung... Meilen... Mühli, Müli... Müli, Valili. Müli, Valili... Traurig... gucken ob was zu wird oder nicht mal da hinten gucken mal schauen ob hier mal was machen können hier sieht es doch auch ganz schön aus ich werde jetzt mal hier mein glück probieren hier mal mein glück probieren ich gehe mal hier auf weißbrot und hier gehen wir auf mittleren zähler und probieren mal auf Kartoffeln ich habe auch keine lust immer permanent nur an die gleiche stelle zu gehen aber wenn halt nichts geht dann geht halt nichts das hat gar nichts beißt nichts erbärmlich so macht es keinen spaß da hätte ich am bärensee bleiben können da war genauso viel los deswegen bin ich aufgestanden ja scheiße habe ich geträumt jetzt habe ich schon wieder innerhalb von glaub drei wochen oder zwei drei wochen wieder den selben traum gehabt nur habe ich diesmal das ende gesehen ach so ein scheiß ja wieder denselben traum gehabt wie schon mal leckt mich an der täsche wenn er wenigstens toll werde aber so eine rotze grütze ding ist die 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 auf die Sofa drehen, ja. Oh, wirklich, ja. Gib mir Silber und Gold, wenn ihr es wollt. Jetzt kommen da wieder die abgelutschten... Oh, gerauchen. Ich hab schon gedacht, schon wieder die... Aber das ist eigentlich so klein, Dreck. Da geh ich doch echt lieber wieder an den Wildbach. Wo ich weiß, da hab ich auch ein bisschen Action. Hunger hat er auch schon wieder, der alte Mann. Habe ich nur noch eine Portion. Ja, ja. Aber jetzt... Falsche Taste gedrückt. Ich wollt eigentlich die mittlere Route... Wenn man 3 und 4 verwechselt, ist das scheiße, ne? Dann Kacke. 3 und 4 Schwäche. Und wenn dann noch so ruhig ist, weißt du, im Chat, wenn man sich wenigstens bis es klingelt, hier so unterhalten könnte. Mit mehreren Leuten. Aber wenn man dann... da tut, da geht nichts. Da ist es schlimm. Da, da kriegst du hier... einen dreifachen Eisprung. Und dann kriegst du nur die blöden Rotaugen, ne? Wo kein Mensch braucht und will. Wo auch nichts bringt. 200 Gramm. Da kriegst du ja nichts dafür. 0,03. Da werd ich nicht ritt. So gibt's keine Route. Ne. Ne. 10. Steigen. 1. Stau. 2. 1. 2. 2. 3. 4. 4. Hier könnte man mal probieren, ja. Aber da ist mir das Gestrüpp am Weg. Das ist gefährlich, gefährlich zum Verhaken. Nachher ist der Haken wieder am Arsch, verstehst? Das wollen wir ja auch nicht. Nein, du bist da, aber du machst halt noch was anderes neben bei euch. Ich gehe jetzt hinten in die Säcke. Ich verstecke mich im Eck, da wo ich hingehöre. Ab in den Eck. Rossi, du musst ins Eck gehen, ja. Stell dich ins Eck, du kleiner Dipp. Ja, wir machen mal einer auf Bespaßung, ne. Jetzt holen wir den Bespaßungsklown raus. Volles Risiko. Risiko, Mexico. Was halt mein schöner Köder weg ist, ist halt doof, ne. Was ist jetzt doof, ne. Ich merke mal auf den Kleinen hier. Was der fuhrtisch, ne, das ärgert mich. Das kann nur ein Bars sein. Aber ganz schnell fort, ja. Ganz schnell fort. Ich will doch keinen Barsch. Für den kriege ich ja gar nichts. Ich kriege ja noch eine Anzeige, dass ich eine mitgenommen habe. Ich kann mal probieren. Ich kann überstudieren. Die Maus macht den blöd, ja. Boom. Einen 3 Kilo Hecht brauche ich. Der hat nur 1,2. Brauchen 3 Kilo Hecht. 3 Kilo. 3 Kilo. 1, 2, 4 Kilo. 0,5, 1,ких EXEMLOCK. 5 Kilo Lew 4 scorenet. TUMNR. 4,2,4. 2,3. 1,2,5. י�richesrauchapcakράge. 2,3,252 sov802. 3,253,2,610- either. Probier mal nochmal. Man geht mal hinten hinzweck. Inzweck! Auch inzweck! Lalalalalalalalalala Richtig! Nicht mein Abend! Nichts erquickend und labend. Schnell ein Lochbuddel. Bumcha kalakka! So, wir gehen mal da hinten hin. Mal probieren mal, ob noch ein Frosch geht. Wir probieren nicht, ob ein Frosch geht. Nein, es gibt Bock mehr. Altbettern mehr wie postriert. Schnur im Arsch, verstehe ich? Schnur putt. Schnur damaged. Einmal ein Fünferhaken. Gehen auf Kartoffeln. Und schmeißen dann mal raus. Auch 23. Schrei. 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 brauchte ich doch Lecker Rausche ja 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 the ring of fire the ring of fire ja was liegt an guck mal die landschaft an ich bin auch da ja I'm here so here so here I am more and more it's sehr gefährlich das hört sich nach Amur oder sowas an Amur oder Karpfen so wie der mir hier meine Glöckchen hier am Arsch macht ein etwas größerer stärkerer schnellerer fischer mann halt doch mal die luft mir scheiß rotaugen oh die war gar mal so schlecht vom Gewicht her ich muss das im Auge behalten ja und jetzt muss ich ja noch ich sag mal wie meine Glöckchen da oben hier auseinander hüpfen hier die springen ja gleich aus der Fassung mann nimm das Ding jetzt und hau ab damit das nervt zieh jetzt los oder lass es bleiben ja er geht ja 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 er muss runter mit der Bremse sonst ist sonst ist er im Arsch ja her das ist meine Hölle Brems ich bin dann mal weg ne vor allem ich sehe halt auch nichts wo ich hinlaufe ich hab ja gar kein Blatt die Sau wird halt auch nicht müde ne so ein Brocken wird nicht müde ne der Wibo hat vorhin gesagt er hat vorhin ist er 30 Minuten hinterm 24 Kilo Amor hinterher gerannt eine halbe Stunde 24 Kilo dann weißt was Sache ist ne jetzt hab ich gedacht der ist schon müde ja halbe Stunde ja ich würde durchdrehen ja und ich hab jetzt schon meine Beste Bremse da dran, also wirklich die Böste. Aber wenn ich laufe, sehe ich halt nichts, ich blende es ein. Und ich bin hier am Limit hier. Ich glaube jetzt ist er müde, jetzt ist er fertig. Jetzt ist er fertig. Müsste eigentlich ein weißer Armour sein. Müsste. Und da hinten Bremse, es wird Nachtjung. Da hinten wickelt sich so langsam die Schnur ins Nirvana auf. Ich kann jemand schnell einholen. Das ist ja fast so wie der Spiegelkarpfel heute Morgen mit 5 Kilo. Am Limit. Vor allem geht es halt auch ins Mat... Ich krieg den wieder mal hoch. Ich krieg den wieder mal hoch. Zu schwach. Hab ich doch gehabt, hab ich gehabt. Ich war ja schon auf 29 bei der Bremse. Ich hab nicht hoch bekommen. Er ist schon wieder runter. Ach, leck mir mal aus. Na ja, die Schnauze voll. Oh, halte doch die Stauze hier. Ihr Blödsinn, Digga. Einen Morgen, nehm ich her. Ihr sagt es aber, nicht den Kescher. Ich hab den Kescher draußen gehabt. Ja. Ach, kack. Ach, kack. Einen Morgen, nehm ich her. Das ist doch alles scheiße. Eilig. Ja, das hört so klein Dreck wieder. Mit Pimpels... 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 Eilig. Fertig. Auwein. Auwein dann. Das war mein Gelick vor heute, ja. Mein teures Blei. Du hast den falschen. Ja, ich hab halt nen Kescher, ja. Einen kleinen. Geh ich mal davon aus. Alles weg hier, verstehst? Mein teures Blei. Für Haufen Geld. Mein schönes Vorfach weg. Hab ja sogar noch ein Vorfach dran, glaub ich. Ja, glaub. Ich hab. Lägg mich doch mal. Mein hart weg in der. Ach, das ist weg. Ja. Müsste aber da zweimal. Na. Heute, heute Fahrradkette, ne. Jetzt ist die spät. Selavie, ne. Selavie, jetzt ist die hin. Ja. Pech, ja. Darüber zu diskutiert. Das ist Pech. Dumm gelaufen halt. Scheiß, die wandern. Was? Ach, mein Herr. Fuck. Ah. Der ist heutiges. Er steht dumm, Schwätzer vorhin. Oh, nee. Er war. Moment in time. Da-da-da-da. Da-da-da-da-da. Er war. Er war. Er war. Er war. Er war. Verschiedes. Kein mehr. 28 selber. 28 selber. Du erzählst auch noch von 9 Silber. Der wird woanders auch nicht viel billiger sein. Ja, der hat ja. Habe ich den jetzt drin? Zubehör 3 Meter Favorite Oder was hab ich denn jetzt Den 3 Meter drin Wegwerfen Wie kann ich denn Wegwerfen Wie kann ich denn wegwerfen Im Inventar Keine Ahnung Ah Ah ich könnte jetzt selber Ah Ich muss aufs Klo Ich hörs klingeln Scheiße Das hätten wir schon lange sagen können Ihr wisst doch ich bin hohl No 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 Ich habe ja 1 Meter mehr ne Ich habe ja 1 Meter mehr ne Was denn Weil der daz ist so schön Trick für recht ne Trick für recht Trick für recht Trick für recht Trick für rät Trick für recht Trick für rät Trick desserts Tla 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 Voil Cy pleasures Tla Aber wenn alles schief läuft, dann richtig, ja. Da war wieder Schnurrbruch, als du im Laden warst. Schnurrbruch. Da war wieder Schnurrbruch. Hä? Die rechte Rute. Ich geh aufs Klo. Die rechte Rute. 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 Aua. Aua. Darüber zu jetzt zu philosophieren, ist ja auch Makulatur. Jetzt ist es zu spät. Irgendwas. Jetzt ist es over and done. Jetzt habe ich gar keins mehr. Leck mir mal. Ich geh gleich der Hand erspielen. Mach das! Fertig, du Hante! Schnauze voll her. Ich mach es nicht mehr. Ich geh jagen. Ah, jetzt haben wir da die... Ach, Mann. Ich denke auch an so eine Scheiße als nett. Ich sehe das als nett, ja. Vollhorst, ja. Ihr hättet das gleich schreiben müssen. Nee, bevor du gehst, dreht die ihre Bremse runter. Ich bin da doch... Ich hab doch da keinen Überblick. Ach. Naja. Hier ist Felden. Ich komme, ich komme. Ah. Pack die Wildschweine aus. Der Alte ist im Anmarsch. Es fehlt immer viel. Zwei Felste untereinander, ja. Aufbauend. Da freut sich das Anglerherz. Ich glaube, ich gehe an den Waldsee. Heißt der Waldsee, gell? Waldsee. Hä? Das ist, glaube ich, mein Gebiet, der Waldsee. Da kann ich Schmetterlinge fangen gehen. Die Pose ist schnur im Arsch. Mein schöner Haken weg. Das ist, glaube ich, was ich jetzt komme. Mit der Waldsee oder was? Ah ja, mein schöner Hakenfurt. Eine Fliege weg. Und jetzt geht keiner mehr dran. Das war ja klar, ne? Die haben sich jetzt so totgelacht, die Fischis. Da denken sie sich, ja, du mich auch. Hüi, Dimmie. Hüi, Dimmie. Hüi, Dimmie. Die sehen. Mensch hat scheiße, hat richtig scheiße. Ja. Ja. 12 Pa. 25 Pa. Die. Oh, ne richtig schall. Auf den Zauwurm geht da nichts. Ich habe gedacht, das ist vielleicht doch so eine Quappe wenigstens oder sowas. Will auch nicht. Traurig, traurig, traurig. Traurig, traurig. Naja. Kann man machen. Ja, im Moment, was auch verständlich ist, wenn so viel Scheiße passiert, da überlegt man sich echt, hm, gibt es noch einen Morgen danach? Ach man, immer verhärt er sich, ja, 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 veck ich ja, wir kriegen awesome Kaufe so elektronischer Biss-Anzeige, ja. Kaufe so elektronischer Biss-Anzeige, das ist eh nichts, was kleines, das ist noch was kleines, ja, die blinken, aber das kostet zu viel Geld, aber es nervt nicht so, oder? Kaufe so elektronischer Biss-Anzeige Auf den Wurm geht gar nichts. Brauchen wir auch noch mal einen Teig. Ich hab keinen Knoblauchteig. Ich hab gar nichts mehr. Machen wir einen Honigteig. Die Rechte hat auch gedacht, sie meldet sich noch mal. Aber das ist ja was ganz anderes von daher. Was ein Kinderdreck. Aber vielleicht auch besser so, ja. Darf ich noch? Kartoffel dran, ja. Hab ich noch Kartoffel dran, ja. Der Potato ist auch dran, ja. So. Jo, das war aber noch sehr weit, ja. Das ist aber auch wieder nur eine Garage. Weil mich nicht alles täuscht. Jo. Ja, wollen wir hin. So langes kein so Megaschmutz ist, ne. So wie das da jetzt, ne. Dann geht ja noch, ne. Ho, die geht nicht. Ho, ne. Ich will nicht. Na, 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 na. Na, 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 na. Ich geh mal auf Made. Made. Made schmeckt doch allen ja. Ja. Wenn ich geh mal kurz um die Kurve. Um das Kurvele. Ich bin da oben. Also ich bin da oben. Die einzige ist da, was ist das? Äh. Perlgrauben. Gell, du bist Perlgrauben. Ja. Der Perlgraubenbrei, der ist permanent hier am Arbeiten. Aber jetzt kommt halt wirklich nur noch Schmutz. Ja. Einmal probiere ich noch. Ansonsten. Ändern wir das Ganze gedöhnt. Das holen wir schon mal rein. Da geht eh nix. Bin mir alles wieder zu tricky. Der Vierer holen wir auch rein. Probier jetzt mal ein Stückchen weiter links. Da wo ich ja normalerweise immer stehe, ne. Hallo. 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 We'll change a winning team Take a chance on me Take a chance on you Take a chance on you Mal gucken ob hier Wind Oh je Irgendwann habe ich jetzt 40 40 und 2 mal dumm gelaufen Mache dumme Gesicht Das sind nicht nur die gute Ich denke mal zweimal gute Silberflöten gegangen Statt Silber rote Zahlen schreiben Böse Welle Ja hat er eigentlich heute ein auge zähmte julian oder oder heute nicht ich habe die morgenschicht gemacht und er die nachmittag hast ihm dann zugeschaut und Okay. Da hole ich mir lieber 150 Rotaugen noch raus. Noch schnell einen Hecht holen, ne? Wenn wir schon auf der Seite sind, können wir gleich mal probieren. Was hat das sonst nichts zu tun? Achso, der ging ja nicht. Ja, und mein Ding durchgebissen vorhin. Mein schöner, teurer, wieder mal der nächste, wieder mal derselbe Köder fort. Das natürlich vorhin. Das war genau so ein Fail. Beißt er mir hier kurz beim Einholen die Ding da durch. Trotz Bob, alles durchgebissen. 30 Silber für den Köder wird er fort. Da kommt Freude auf. Das war bis jetzt ein sehr teurer Abend, ja. Würde ich mal sagen. Plus jetzt 30 Euro knapp für den Kescher. Also 100 Silbers habe ich schon hier heute zerstört, ja. Warum? Ich wollte gerade loslassen vom Einholen. Äh, es ist nicht mein Tag, äh, nicht mein Tag, ne. Welter hat 22 Silberfahrt, ach lecker, ach. Scheiße, oh nein. Ich muss abschalten, ja. Also innerlich, kopfmäßig abschalten jetzt wieder, ja. Ich wollte gerade hier loslassen, ne. Und nur die Bremse machen lassen. Und genau in dem Moment, ich hab' ja gesagt, ich will ein Hecht. Ich hab' ja gesagt, ich will ein Hecht. Ich brauche ja ein 3 Kilo Hecht. Fehlt aber noch ein Kilo. Es fehlt noch ein Kilo. Es fehlt noch ein Kilo. Und es fehlt noch. 100 Silberfahrt. Hammer her. Das musste erst mal erwirtschaften. Sehr teuer. Sehr teuer. Alles ja. Einmal noch in die andere Richtung. Einmal noch in die andere Richtung. Ah, jetzt hab ich gedacht. 50 ULB. 50 ULB. Die Pein, die Pein. Pitch con matrei. So. Man, 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 man. alles ein sehr teures unterfangen dann gehen wir mal jetzt auf was kleineres vom Sete ab her machen wir einen kleineren Haken dran ich bin schon...nei...warte...warte mal raus holen ich bin zu weit der Wippel der Hecht war das heute? mach mal schauen muss mal gucken müssen wir küchen Augen klein immer diese Umstellerei ich probiere mal da auf Kartoffeln dann kann ich nämlich nebenher noch was anderes machen 3 Hechte 700 Gramm 1,2 und 2 1,2 und 3 1,2 und 3 2,3 und 3 3,4 und 3 4,4 und 3 so ein Schuppi ist schon lange nicht mehr gekommen fällt mir gerade auf so ein Schuppenkorb dann machen wir was mal was probieren bisschen hier durch testen könnten ja mal auf so ein Süßteig gehen mal schauen mal schauen vielleicht hat da jemand Lust ein bisschen Futter rausschmeißen von einem Dreckzeug an hier ein 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 Jetzt kommt es weg. Jetzt kommen wir noch. Dass ich gar nicht weiterkomme an Knoblauchteig, das ärgert mich. Hier an der Futtermischungszubereitung, beim Grießbrei bin ich hängen geblieben. Weizenkörner fehlen halt noch, oder? Perlkrauben... Ah, guck mal. Olga, nein. Nein. Das, was sie will, habe ich nicht so ganz. Ja. Der habe ich nicht so ganz. Nope. Das ist mir heute nicht gelungen. Nope. Nope, nope, nope. Das wollte nicht funktionieren. Bis jetzt. Wenn der Hecht ein Kilo mehr hätte, ja. Weil sie will nur heute ausnahmsweise nur ein 3 Kilo Hecht. Ein 3 Kilo Schuppi. So Sachen, ja. Einen fetten Arland will sie, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Wenn mich nicht alles täuscht. Karau... äh... Ich glaube Schläfer. Viele Zeugs, die ich nicht habe, ja. Ja. Ich könnte ja mal schnell gucken. Gut. Nein. Ich könnte nicht gehen. Wo könnten wir denn hingehen? Ich könnte mal da hingehen, ja. An den Zeltplatz. Und dann könnte von mir aus links und rechts abhauen. Dann ist mir das scheißegal, ja. Wenn überhaupt was beißt. Aber da mal probieren. Da war ich, glaube ich, erst einmal oder so dran durchgelaufen. Jetzt bin ich ruhig gelaufen. Und dann bin ich ruhig gelaufen. Ich bin ruhig gelaufen. How will a bite? Da fliegt ein Moskito rum. Ich denke, hau ab, du Sau, du blöd Wurm. Hör mal auf jetzt, ich geh wieder zu Olga. Ja, jeder darf noch beißen und dann. Die Rechte, da ist was dran. Und dann, an der rechten Seite. Ich geh mal schnell. Für Olga. Mal gucken ja, vielleicht die Karauschen, ja. Oh, ich hab, dass ihr die noch nehmt. Wenn ich mich noch recht erinnern kann. Aber sonst. Barsche, Schuppen, 3 Kilo. Barsche hab ich gar nicht, 1,6. Döbel, 2 x 800, hab ich auch keinen, nö. Güste hab ich auch keinen. Karauschen, 7. 7 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das war jetzt ein Blinker. Kaulbarsche hab ich einer. 7 Stück ab 750, also 49 Gramm. Weiße Amor hab ich auch nicht. Einen dicken Arland ab 4 hab ich nicht. Und Hecht ab 3 hab ich nicht. Jo. Die will nur schweres Zeug. Guten Abend, mein Lord. Einen guten zusammen, ja. Einen guten Hunger, ja. Und war dein Tag wenigstens erfolgreich? Ich geh jetzt an den Zellplatz. Wie man's nimmt. Wie man's nimmt. Schwer nimmt man's, ne. Wo ist der Zellplatz? Ich bin hier, da geh mal einmal drum rum, ja. Ja. Einmal drum rum laufen. Und da ich's ja nicht lassen kann, können wir ja noch einmal hier auf ein Hecht gehen. Zur allgemeinen Besparsung, ja. Der Besparsungsklag. Ich glaub. Aber ich glaube, um die Uhrzeit... Um die Uhrzeit wohl keiner mehr. Die sind alle schon in Feierabend. War was los bei dir, oder...? Oder nicht? Sag an, Kollege. Sag an. Zumindest mal haben wir noch einen. Jetzt hab ich mal ein bisschen was bei denen. Auch wenn die Gewichtsklasse halt nix bringt, ne? Ich muss mal kurz hochrutschen hier. Der alte Mann rutscht wieder. Ab ins Nirwana. Von heut morgen an. Ah doch, stand doch da, Streams, äh, Starting. Steht immer da. Hab ich gemacht. Glaub mir. Du darfst noch nicht die Highlight anschauen. Das Highlight darfst du nicht anschauen. Da ist er nicht dabei. Du musst dir ja den kompletten dreieinhalb Stunden anschauen. Nicht die Highlights. Die dreieinhalb Stunden. Das dreieinhalb Stunden Video von heut morgen. Nicht Highlight. Die Highlights sind nur für YouTube. Und da mach ich ja das Ding nicht rein, ne? Das ist nicht der. Ah. Entschuldigung. Das ist nicht mein Tag. Mein Abend heute. Nicht mein Abend, ja. Ah. Ich weiß doch das Ding nicht den hoch. Nein. Das war schon gut auch mal. Naja, hat sich ausgehechtet. Gehen wir zum Zeltplatz. Bauen wir das Lagerfeuer auf, vielleicht habe ich gar kein Brennholz, und werden mal den Abend eine gemütliche Atmosphäre voll verbringen, weil an der Brücke geht ja gar nichts mehr. Ja, das ist ja totally lost an der Brücke. Hier können sie halt überall hin abholen, aber das macht ja nichts. Wir können ja mal gucken. Jetzt können wir hier einen Dreier aufstellen. Und ich vergnüge mich noch ein bisschen hier. Damit wir so richtig in die Scheiße geraten. Also, ich wollte ja noch was essen. Aber wie gesagt, heute Morgen und heute Abend habe ich erst mal so Minimum 10 Sekunden lang den Startbildschirm gehabt, wo ja da der Kosmonaut oder der Astronauter war. Ja. Hatte ich gehabt. Und dann den Endingscreen da mit dem Geschenkskopter. Der Grüne geht normalerweise gar nicht. Ich weiß nicht. Ich erzähl mir, ich erzähl mir, das ist gar nicht da. Wunderful. Ich erzähl mir, das ist gar nicht da. Ich soll dir, das ist gar nicht da. Ich erzähl mir, das ist gar nicht da. Es ist gar nicht da. Ich will, das ist gar nicht da. Ich glaube, ich gehe nach Windbach oder ja. Wickel die einen Bach. Die Fechtung so schön so ist, aber momentan ist es egal, wo ich hingehe. Es ist irgendwie ein bisschen überall der Wurm drin. Was? Na, nee, wer gefragt hat. Keiner hat gefragt. Alles gut, Woni, alles gut, alles gut. Alles tutti, perfekte. Es klappt halt nichts mehr. Nope. Will nichts funktionieren. Nein, es ist doch alles gut. Woni, alles supi. Alles supi in Kentucky. Okay. Hier geht nichts. Da geht nichts. 것은ville. Erstens. Maßen Sie. vielleicht mal hier probieren ja dass ich mal hier bleib auf tiefen entspannt ich werde hier die nacht verbringen ich werde hier die nacht verbringen untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Da ist jetzt was dran, was nicht dran sein soll. Geh ich mal davon aus.